Hallo, ich bin Michel Ebischer. Ich arbeite als Gleisbauer im ersten Lehrjahr bei Meier & Jäcki. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich gerne im Freien arbeiten und viel Energie habe. Hallo zusammen, ich bin Remo, ich bin 23 Jahre alt und mache bei der Firma Meier & Jäcki AGZ eine zweite Ausbildung zum Maurer im Tiefbau. Das ist ein sehr interessanter Beruf, man muss körperlich aktiv sein. Ich bin Stefan Oschwald und mache Zusatzausbildung als Maurer bei Meier & Jäcki. Ich mache Maurer, weil ich sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten auf diesem Beruf sehe. Ich bin Marco Halser und mache die Ausbildung bei der Firma Meier & Jäcki als Strombauer in der Abteilung Spezial-Tiefbau. Ich bin Annes Kalaschnass, ich bin Maurer im zweiten Lehrjahr bei der Firma Meier & Jäcki. Es gefällt mir dadurch, dass es zu arbeiten ist sehr abwechslungsfrei und vor allem im Sommer. Hallo zusammen, ich bin Joel Binder und mache meine Lehre als Baumaschinenmechaniker bei Meier & Jäcki im ersten Lehrjahr. Wenn euch das Video gefallen hat, bewerbt euch bei uns. shortages, gedauert doch noch nur bei uns. Es geht vor, aber gibt es! Was rausentes. W X? Getoused.